Servus Leute, sind grad beim Videodreh, zur Hauptsache läuft, zu Überbrückungszwecken, hier ein 16er für euch. Rapper sind Pfeifen wie Shishas, labern von Parada, bei reißen sie nie was, dies das, schivas, dicker, schmeckt gut. Und du rappst einfach so, doch ich rapp zu, fresh und easy, jetzt oder needy. Rapper wollen Features, doch ich flex zum Beat wie ein Verrückter, wie ein Psycho. Ja, ich bin was ich rapp und ich bleib so, steig in den Wagen, gebe Gas, brah, hab nur Kurats, für Hater, komm, blast, mach, 110%. Ich bin nicht zum Spaßrapper und scheiße auch auf die männlichen Arschlecker, Paarrapper, sind Fotzen wie Katrin, mit nem ziemlich dicken Stock in ihrem Arsch drin, Wahnsinn. Was für Texte, ich schreib, Nummer 69, ich sexe dein Vibe. Macht euch auch was gefasst, Video kommt, ciao.